Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Unfall of the Hunter Classic in Valdebuir unterwegs. Hat beim letzten Mal richtig Bock gemacht, deshalb sind wir da wieder unterwegs. Natürlich mit dem Drilling, also Kombinationsmöglichkeit zwischen Steinbock und Alpenschneehuhn. Ist auf jeden Fall gegeben, falls wir den Alpensteinbock finden sollten. Ansonsten werden wir hier bei dem Alpenschneehuhn bleiben. Ich hab ein bisschen früh gewählt, oder? Der Sonnenaufgang jetzt hier. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen problematisch. Aber hier werden wir ein bisschen jagen. Wie gesagt, ich hab gerade Birdshot geladen hier. Und halt die neuen Dreier als Drilling-Kombination hier mit am Start. Also für alles gerüstet, was uns hier auf dem Weg begegnen wird. Bin sehr, sehr gespannt, vor allem wie sich dann auch das Go verhält bei der Jagd auf die Alpenschneehühner. Ob es vielleicht ein bisschen problematisch wird. Oder ob es dann doch eigentlich ganz gut funktioniert. Ich mach mal ein bisschen lauter hier den Sound. Damit ich die Piepen höre von den Viechern. Denn unser Hündchen ist natürlich auch dabei. Wo auch immer der gerade rumstreunert. Da hab ich schon Piepen gehört. Da hab ich schon Piepen gehört. Sprich keine... Keine Vögel am Start. Dann komm hierher. Das ist dieses Starnpiepen da, ne? Was wir da haben... Also gehen wir erstmal weiter. Und gucken, ob wir da ein bisschen... Die Alpenschneehühner auftreiben können. Oder halt ein Steinbock. Wobei ich hätte... Kann man Steinbock anlocken? Und sieht der Rasselcaller da? Das ist ne gute Frage. Das weiß ich nicht mehr. Ich hab den aber auch nicht dabei. Insofern müssen wir den versuchen. So irgendwie zu finden. Falls wir einen... Hören sollten. Wenn sonst... Haben wir nichts dabei. Sonst hab ich auch nur dieses Standard Piepen hier glaube ich. Keine alten Schneehühner. Das ist nur dieses... Normale Piepen. Also gehen wir einfach mal weiter. In der Hoffnung irgendwo welche zu finden. Irgendwo werden sie schon hocken. Und dann wird es natürlich wieder ein Problem der Sichtbarkeit werden. Aber... Da kriegen wir hin. Hat mir das auch ganz gut geklappt. Und wie gesagt mit der Flinte... Wenn man die dann aufschreckt. Dann kann man das auf jeden Fall immer noch erlegen. Wenn wir echt sehen. Inwiefern... Das Scope vielleicht da ein bisschen hinderlich ist. Weil da musst du wirklich schnell reagieren. So ohne Scope. Kannst du da schön. Bams mal eben drauf halten. Ganz angenehm. Man kann glaube ich das Scope jetzt nicht einfach abnehmen. Klaro. Keine Frage. Aber ich werde es erstmal mit Scope versuchen. Weil der Zoom da drauf ist ja nicht ganz so krass. Vielleicht kann man das so als... Red Dot ganz gut benutzen. Werden wir mal sehen. Dreifach Zoom. Als kleinste Stufe. Nehmen wir erstmal. Ich glaube es gibt auch nur zwei Zoom Stufen. Eine dreifach. Ne. Drei. Alles klar. Drei gibt es tatsächlich. So. Ansonsten haben wir bis jetzt noch nichts gefunden. An Jagdbarer im Bild. Ich kann den Hund nochmal ansetzen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass hier jemand in der Nähe ist. Ne. Nix am Start hier. Weder mit Birds. Noch mit Steinböcken. Die wir auch noch nicht gehört haben. Würde ich ganz gerne testen. Neun Dreier auf die Steinböcke. Aber. Ehrlich gesagt. Bis wir so einen Steinböck gefunden haben. Das ist immer so eine ganz schöne Qual gewesen. Insofern werde ich jetzt nicht hier exzessiv versuchen. Einen Steinböck zu finden. Sondern das nehmen. Was jetzt da. Als erst begegnet. Gucken was jetzt der Blick ins Tal bringt. Es ist da noch keine Pferden oder sowas gefunden. Das ist ein bisschen. Bisschen mau. Aber auf dem Felshang sehe ich auch nirgendwo was rumlaufen. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Irgendwo muss ja hier was kommen. Wir gehen jetzt erstmal ins Tal runter. Erstmal runter ins Tal. Obweil der Boys natürlich jetzt hier auch schon ganz gut. Weil sie ja die Rennendistanz erhöht haben. Insofern sind diese Berghänge hier schon ziemlich interessant. Wenn ich da mal vorne auf die Kante begeben. Und dann mal mit dem Fernglas bisschen runter gucken. Ob wir da irgendwas ausmachen können. Das ist natürlich jetzt hier schon. Ein Vorteil dadurch, dass wir das wirklich erhöht haben. Dass man die noch einen Ticken eher sieht. Noch einen Ticken besser sieht. Als das vorher der Fall war. Also mal schauen was es hier. Wie das Fernglas hergibt. Aber oben fangen lassen wir schon keine Bewegung. Guck mal das sind ja 130 Meter. Mehr ist das gar nicht. Aber hinten dafür 500. Gut 500 wird es natürlich nicht rendern. Und ansonsten sehen wir da auch herzlich wenig. Aber da noch nichts aktiv. Hoffen wir, dass da hinten auf der Fläche irgendwas zu holen ist. Ich weiß auch nicht wie weit die Rendendistanz ist. 400 Meter. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Wir gehen mal da hinten auf jeden Fall hin. Richtung der Fläche. Hier. Und schauen uns das da mal an. Irgendwo müssen ja hier welche sein. Oh. Alles klar. Guck, dass ich hier ein Ersthilfeset mit habe. Oh, da bin ich runtergefallen oder was? Alles klar. Die haben mich echt nicht. Nicht so steil wahrgenommen. Den Vorsprung. Aber runter kommst du immer. Runter kommst du immer. Und wenn es halt so ist. Aber das hier echt gar nichts ist. Das ist schon ein bisschen sehr strange. Naja, der Hund macht doch keine Anstalten. Um mir irgendwas anzuzeigen. Also keinerlei Tierchen in der Nähe. Also gehen wir weiter. Wenn wir da vorne auf dem Plateau nichts finden, dann müssen wir echt tatsächlich cutten. Krass mal, ich hab gedacht, wir kriegen hier locker, easy mal so ein paar Vögelchen für die Flinte. Aber im letzten Mal war es echt gut, ne? Da haben wir direkt die Vögel hier gehabt. Die Alpenschneehühner. Die wir da vor der Nase hatten. Da hatten wir echt Glück anscheinend. Was jetzt hier ein bisschen weniger geworden ist. Aber irgendwo müssen sie da stecken. Und da muss man halt auch immer den Hang da hochkommen, ne? Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber das ist echt verwunderlich, dass hier nicht mal eine alte Pferd oder so ist. Dass hier einfach gar nichts ist. Mad-Hund? Hast du mich wohl verstanden oder nicht? Warum versteht er mich nicht? Da flattern sie nämlich. Da flattern sie nämlich schon. Da waren sie doch vor mir. Er scheint es doch noch zu bittern. Haben mich so ein leites Doppelpiepen gehört. Ich dachte, das könnten welche sein. Tatsächlich sind sie da irgendwo in der... In der Ecke sollte sich fragen, ob da noch welche auf dem Boden sind. Was ich dir anzeigen kann. Die flattern auf jeden Fall alle ringsum hier rum, ne? Und ich sehe sie wieder nicht. Boah, dieses Dauergeflatter hier, ne? Als ob man welche da oben flattern. Ich habe sie einmal kurz gesehen. So ganz klein. Die sind halt einfach so winzig, ne? Er steht aber noch nicht vor. Er geht noch weiter nach unten. Jetzt hat man dieses... Leise piepen, ne? Naja, er steht mir noch nicht vor. Ich gehe da jetzt vor. Oder wo ist ja hin, weil er hinterm Fels irgendwo ist, ne? Sehen nicht. Ich bin sicher, dass da irgendwer hinter irgendwem her ist. Wenn die natürlich da unten im Wald drin sind, dann haben wir gar keine Chance. Wollen wir echt mal, ob das ein Soundbug ist mit diesem Geflatter. Na gut, das wird problematisch, wenn sie wirklich da unten im Waldabteil drin hocken, dann wird es halt super schwierig, die irgendwie da rauszukriegen. Da müssen wir dann super schnell reagieren irgendwie. Aber wahrscheinlich ziehen die auch einfach weiter die ganze Zeit, ne? Ich höre hier ehrlich gesagt, es ist relativ napid, es hat keiner von denen. Ich bin mir sicher, ob der eine hat, ehrlich gesagt. Oh, der stand davor. Ah, der stand davor, ey. Jetzt hat er wieder 52... Aber warum höre ich die denn hier piepen? Oder ist das dieser... Ja, da flattern sie. Ja, die waren echt da unten im Wald irgendwo. Das war dieser Tanz-Sound hier einfach, ne? Das war dieser nervige Tanz-Sound hier. Aber da unten im Wald kriegst du nicht raus, ey. Da krieg ich die einfach nicht gescheit geschossen. Ist das mein Hund? Irgendwann hat ein Steinbock. Da unten ist wieder... Da ist die Fährte von denen, ne? Ja, als ob der vor steht. Was? Wo? Da sitzt du da an der Wiese, ne? Da sitzt du da ehrlich in dem kleinen Busch da drin. Aber fand ich mit dem Scope gar nicht so hinterlich, ehrlich gesagt. Fand ich ganz okay. Mit dem Scope. Guter Treffer, ein Schuss. War auch nur einer, glaub ich. Mehr waren, glaub ich, gar nicht da. Also vorher schon noch, die haben wir gehört. Aber jetzt hier in dem näheren Umfeld war nur noch dieser eine über. Und den haben wir erlegen können. Den haben wir erlegen können. So. Männliches Alpenschneehund sogar. Machen wir natürlich einen Trophyshot von. Mit dem Drilling. Oh Vogel, kriegen wir dich da irgendwo rein in die Hand? Ne, ne? Kriegen wir da nicht. Da flattert es schon wieder da. Ich hör sie irgendwo. 183 Sekunden? Warum denn so lange? Ja, das ist natürlich jetzt problematisch. Weil in der Zeit kriegen wir sie dann nicht mehr gesucht. Okay, krass. 3 Minuten ist also ganz schön lange. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie so anfinden. Ich versuch mal auf die Fläche zu kommen. Ich weiß, dass die da unten irgendwo flattern. Aber da unten im Wald wird es schwierig, die von den Lallen zu finden. Deshalb haben wir eigentlich nur die Chance, jetzt hier auf der Fläche irgendwas zu sehen. Irgendwas zu bekommen. Vielleicht noch einen Steinbock oder so. Der irgendwo in der Nähe ist. Aber ansonsten wird es halt echt relativ problematisch. Hier haben wir noch, guck mal, Steinbock. Pferden haben wir schon. Die aber auch nach da hinten irgendwo gehen. Aber wir haben eigentlich nur hier die Möglichkeit, noch auf der halbwegs freien Fläche irgendwas zu finden. Wir hören sie da unten flattern und piepen, ne? Aber ohne Hund, er findet die mal. Find die mal ohne Hund. Jetzt hat dieser schmale Wallstreifen hier, aber der macht es so viel schwerer. Mit dem Sound ja da hinten irgendwo. Ich weiß nicht, wie weit man das Flattern hört. Das scheint man echt ziemlich weit zu hören. Wie lange die flattern. Aber die Flieger macht man es einfach im Kreis so ein bisschen. Man hört die relativ laut, ne? Aber die dazwischen irgendwo zu sehen. Ich mach bei uns noch Steinbock Pferde. Wie laut die flattern. Sechs Sekunden. Da hinten flattet einer. Da hinten. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn auf jeden Fall mal kurz gesehen. Ich guck mal, ob einer auf dem Boden ist. Da hinten flattet einer. Da hinten flattet einer. Da hinten flattet. Da hinten flattet einer. Da hinten flattet einer. Da hinten flattet einer. Ich hör die aus allen Richtungen, ey. Ohne Spaß. Schau mal wie nah die sind. Da hinten flattet einer. 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 Hier in dieser. Senke eigentlich gar keine Chance. Gut zu Gesicht bekommen. Ich versuche mal da auf den. Auf den Hügel zu kommen. Der Hund verfolgt weiter irgendwas. Das wir von oben in die Übersicht haben. Dass wir irgendwo einen Flattern sehen. Anders können wir den nicht erlegen. Superschwierig in diesem. Hügeligen Gelände hier. Wo ist er denn jetzt? Oh der steht schon wieder davor. Der muss ja direkt vor mir sein irgendwo. Ist er auch. Ist er auch. Der Schlingel. Da siehst du mal. Die sitzen vor dir. Die sind so gut getan. Du siehst einfach gar nichts. Ohne den Hund. Wäre ich so aufgeschmissen auf die. Aber hier haben wir nochmal. Eins erwischt. Von den Hühnern. Von den Alpenschnee. Oder am Start hier. Und da sammeln wir natürlich ein. Hammer. So können wir natürlich die ganze Zeit weitermachen. Aber das ist einfach auch so so schwierig. Hier im offenen Gelände geht es dann wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber unten im Wald. Das war schon trickige Nummer. Zwei Stück haben wir erwischt. Steinbock haben wir noch nicht gesehen. Also Drilling eigentlich gar nicht gebraucht. Aber Scope kann man auch für Flugfeld benutzen. Gar nicht mal so hinderlich. Eigentlich ganz gut sogar. Ein bisschen größer als vergrößert. Ganz gut gemacht. Kriegt man ganz gut auch die Schüsse drauf. Das soll es gewesen sein. Von dem Video aus Valdebois mit dem Drilling. Wenn euch das Video gefallen hat. Däum mich nach oben. Und ich bin nochmal freund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und auf Wiedersehen.